Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Osterhände und die Schrepper. Diesmal geht es um die Silke aus Berlin, die Katrin aus dem Schwarzwald sowie der Jörg aus Hamburg. Und die geben alle mächtig Gas. Ja, und schaut es euch einfach mal eben an. Und Jörg, der hat da wirklich wieder so einige Tipps. Wir gehen ins Detail, ihr seid dabei. Auf geht's. Ach so, an dieser Stelle seid noch mal eben bemerkt von den Heizmatten, ja. Ich weiß nicht, ob ihr den letzten Film geschaut habt, aber die Heizmatten, die gibt es wohl ab Herbst auch in 12 Volt Variante. Wollen wir mal gucken, wie die sind. Ja, wir bleiben bei dem Thema am Ball. Aber jetzt geht's los. Auf geht's mit den Schreppern. So, wir beginnen direkt mit der Katrin aus dem Schwarzwald und hört selbst und ich finde es immer wieder herrlich, ne? Achtet mal drauf. Hallo alle zusammen, mich gibt's auch noch. Ich hab auch wieder ein bisschen was gemacht. Und zwar die Verkleidung außen, hab ich dran gemacht, soweit's ging. Hier muss ja noch geschweißt werden. Da hab ich's noch weggelassen. Ich hab das schwarz matt lackiert gehabt und eben geflickt gehabt. Das habt ihr ja schon vorher in einem Video gesehen. Den Leichenfiller hab ich jetzt auch überall dran, außer an den Türen. So, auch alles schwarz. Da muss ich die Kofferrandklappe noch montieren. So, die zweite Seite. Ja. Hat relativ gut funktioniert. Was neu ist, irgendwie haben die Verkleidungsteile nicht mehr ganz gepasst. Dadurch, dass ich hinten das Blech neu gemacht hätte, muss ich das irgendwie verbunden haben. Auf jeden Fall war das nicht so einfach. Ich hoffe, man sieht's nicht so ganz. Da überlebt es eben nicht so arg, wie es soll. Aber ich lass das jetzt einfach so. Es hält, es wird nicht wegfliegen. Basta. Hier hab ich's auch schon drin. Was jetzt noch fehlt, da kommen jetzt überall noch diese weißen Leichten rein, die die Schrauben verstecken. Und auf die weiße Leichte kommt auch nochmal ein rotes, ein roter Leichtenfüller. Ich glaub das, also ich hab das da einfach farblich umgekehrt gemacht. Ja, die Stoßstange vorne, muss ich halt auch noch reparieren und lackieren. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich die wieder reparier und lackier, oder ob ich eine neue FV, muss ich mal schauen, ob es die noch gibt. Ja, was hab ich noch gemacht? Überall diese garstigen, blöden PVC-Bänder hier neu reingemacht. Eine elendige Fummelarbeit. Dass ich da Krämpfe in den Fingern bekommen hab, aber ich hab alle fernstanden. Ja, dann geh ich mal noch weiter und zeig, was ich noch gemacht hab. Das ist die Tür von innen. Die hab ich jetzt nochmal lackiert, nachdem, ich hab die sauber gemacht, mit so einem super tollen Kunststoffreiniger. Blöderweise hat er wie ein Trennmittel funktioniert zwischen dem Lack und der Tür, das war nicht so toll. Jetzt hab ich es eben nochmal abgeschliffen, mit so Stahlwolle und hab es mit Silikonentferner sauber gemacht und jetzt nochmal lackiert. Hier ist der Tisch, das ist der alte Tisch. Den hab ich abgeschliffen und mit so Hartöl geölt. Ist jetzt stellenweise noch ein bisschen feucht, den lass ich noch trocknen. Dann mach ich den neuen, verstellbaren Fuß drunter und dann kommt er so wieder rein. Ich muss sagen, das ist auch wirklich gut geworden, weil der sah echt eklig aus. Und wird sich wieder kriegen. Ja, das war's erstmal von mir. Tschüss. Tja, das war die Katrin aus dem Schwarzwald. Und ist es nicht herrlich, dieser alte Gockel da im Hintergrund, dass der noch nicht im Port gewandert ist. Nein, ich find's klasse, ja. Was ich ein bisschen vermisst hab, war die Ziege. Die kam ja ein bisschen weniger zur Geltung und der Hund kam zum Schluss, glaub ich, oder so. Aber, ähm, nun gut. Wir starten gleich weiter durch zu Silke. Und die Silke, ja, ähm, die macht das ja schon alles perfekt da fertig. Die, die, äh, ja. Aber schaut selbst, auf geht's nach Berlin zur Silke. Nachdem ich im trockenen Sommer alles so schön gebaut hab, folgte nun ein nasser Winter. Die Folge war, dass die Luftfeuchtigkeit im Inneren immer weiter anstieg, bis zu 99%. Durch Lüften hab ich das nur bedingt senken können. Ich hab dann noch einen Lüfter aufgestellt, damit die Luft bewegt wird und der entfeucht da ein bisschen arbeiten kann. Trotzdem hat sich eine Möbeltür verzogen. Bitte nicht so genau hingucken. Ich hab die jetzt in Not repariert, nur damit die nicht während der Fahrt hin und her schlägt. Die Tür vom Gasfach hat sich Gott sei Dank nicht verzogen, aber ich werde die ganzen größeren Türen von innen mit Leisten versehen, damit die sich nicht mehr verziehen können. Ansonsten hab ich schon mal die Saison eröffnet und bin zu einer kleinen Tagestour aufgebrochen. Übernachten könnte man hier auch an der Stelle, da gibt's sogar Strom, aber hab ich noch nicht gemacht. Dann hier noch eine kleine Rechenaufgabe. Der Lader ist 30 Jahre alt und hat ein Haar am Kennzeichen. Wie alt ist der DHLer? Ja, das war die Silke aus Berlin und schöne Grüße an dieser Stelle zu dir Silke. Ja, wie alt ist der DHLer? Wir wissen's. Ja, und schreibt das unten mal rein, ob ihr drauf gekommen seid. Weiter geht es jetzt mit Jörg aus Hamburg und bevor wir da jetzt durchstarten und die Sachen von dem Film da zeigen, gucken wir uns jetzt hier mal ein paar Bilder an und zwar als erstes sehen wir hier jetzt den Unterboden von dem Jörg in dem Ist-Zustand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, ihr Schremper. Heute gibt's ein Update von der Hinterachse. Ich habe die Bremsen überarbeitet. Das Handbremsseil ist erneuert worden. Radlager waren soweit noch in Ordnung, aber klar, Belege und Federn, alles neu. Jetzt geht's mal weiter zur Hinterachse. Bremsleitung mussten auch erneuert werden. Die waren wirklich durch beim Biegen, brachen sie an Stellen, wo man das überhaupt nicht vermutet hatte. Ja, da ich hier schön im Garten liege, also alles im Liegen. Hier kommt das Brunseil an. Lissmischen anrostet und ein bisschen wieder lackiert. Sieht wieder hübsch aus. Für diesen Brems-Katz-Regler fehlt mir leider hier noch diese Manschette, die hier unten runter kommt. Die ist leider ein bisschen zerbröselt. Leider kriege ich die nicht. Ich werde mal sehen, dass ich die irgendwo herkriege. Also falls jemand sowas noch rumliegen hat, würde ich mich freuen, wenn er sich bei mir meldet. Jetzt kommt's nochmal von der anderen Seite. Ja, neue Stoßdämpfer sind auch noch reingekommen, wenn ich schon dabei bin. Der Halter hier war komplett weggegammelt. Musste ich einen neuen anschweißen, hab einen Gewinner reingemacht. Auch wieder schick. Ja, an dieser Stelle will ich hier mal eben mit reinspringen. Hier sehen wir die Krafteinleitung für den ALB. Der ALB ist die lastabhängige automatische Bremskraftstärken-Regelung, die der Bremskraft sagt, ob das Fahrzeug beladen ist oder nicht. Und da gibt es ein Sicherheitsblech, das war für die Vergammel, das habt ihr eben gesehen. Und das hat der Jörg dann auf ein Stück schwarzen Blech, also die Reste davon gelegt, mit schwarzer Farbe übergesprüht. Das ist diese Bilder. Dann die Bohrungen gesetzt und danach ausgeschnitten. Und nach dem Ausschneiden hat er das Ganze dann dementsprechend hingebogen, dass er dort ein neues Sicherheitsblech hat. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die wir also absolut klasse finden, was er da macht. Hier hat er die ganzen Bremsleitungen ausgetauscht gegen neue, das sehen wir hier. Da hat er sich selber welche gekauft und hat die dann umgewürdelt. Hier sehen wir jetzt nochmal den automatisch lastabhängigen Bremskraft-Regelereinleitung. Da kommen die Bremsleitungen ran. So, und der stellt dann den Druck ein, wenn wir vorne auf den Pedal drücken, ja, dann gibt er dementsprechend mehr oder weniger Druck hin. Das heißt nicht so, also es ist so aufgebaut, das Gerät, dass ihr immer Druck hinten auf den Bremsen habt. Aber wenn der beladen ist, dann kann er den Druck erhöhen, dass der dann nicht, ja, dass der nicht so schnell hinten zum Blockieren kommt. Darum geht es eigentlich, ja. Wenn man die gleiche Last hinten hat, wenn er voll beladen ist, kann man ja hinten mehr Druck drauf geben wie unbeladen. Und wenn er zu leicht ist, sollen die Räder ja nicht permanent blockieren. Und dafür ist dieses Bauteil, das der Jörg hier in den Händen hält. Und der löst das Ganze aus und diese Stange, die da jetzt drin ist, die ihr da seht, die ist dafür da, dass er den rein und raus drückt. Genau, in die Richtung. So ist es Jörg. So, hier sehen wir die vordere Scheibenbremse, die wirklich hier in einem, ja, nicht so schönen Zustand ist. Und man wundert sich immer, was man da so rausholen kann. Da sehen wir schon, wie der Jörg das Ganze ausgebaut hat. Das liegt auf so einer Sackkarre. Das Ganze, da ist die Achswelle zu erkennen, also die Antriebswelle ist da zu erkennen. Und hier hat er eine Menge Teile bestellt, wie neue Manschetten und diese Gummiteile, die da neu kommen. Ja, hier sehen wir, wie er alles lackiert hat und entrostet vorher. Und, ja, die Gummimuffe muss rein und dann muss die Hülse eingepresst werden. Und das ist nicht so ganz einfach. Und das sehen wir hier im nächsten Bild. Da hat er eine Gewindestange durchgesteckt und oben eine Nuss drauf. Und somit drückt er als erstes erstmal die Gummimuffe in diese, ach, wie heißt die Stange? In diese, in den Querträger. Ja, und jetzt als nächstes sehen wir, wie er jetzt diese Eisenhülse hier hineinpresst. Auch wieder mit der Gewindestange. Und da sehen wir schon, ja, da ist die Hülse schon fast drin. Ja, und im nächsten Bild sehen wir, wie diese Gummimuffe mit Eisenhülse drin ist. Und das ist auch wichtig, weil es anders natürlich nicht funktioniert. Denn, ja, hier sehen wir jetzt nochmal das Federbein komplett. Der Stoßdämpfer, also der ist neu. Die Federn, das andere ist alles so geblieben. Natürlich die Bremsscheibe neu, die Gummimanschetten und sowas neu. Aber das andere, also die anderen Teile hat er alle entrostet. Und auch der Bremssattel, der sieht natürlich echt klasse aus. Das muss man wirklich sagen. Und wenn wir uns das hier mal wirklich angucken, also spitze, also super entrostet. Und ich glaube, der macht das mit Essigsäure. Also Essigsäure und ein Teil Wasser. Also das geht wohl sehr gut zum Entrosten. Ja, und da, mal gucken wir uns da vielleicht nochmal ein Film jetzt. So, wir wünschen einen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch oben. Hier, einen Daumen hoch da. Ja, so will ich sagen. Und wir sagen es denn. Und schalten wir da ein, wenn es da heißt. Wir gehen ins Detail und ihr seid dabei. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.